Ada Christen Wiedersehen Ich hatte ihn lang nicht mehr gesehen und mich beinahe tot gesehnt. Ich kam zurück zu ihm und habe mich glücklich gewähnt. Drei Stunden stand ich vor dem Tor, im Regen pudelnass und holte mir einen Schnupfen und Husten so zum Spaß. In später Nacht kam er nach Haus und lud mich mit Müh nur ein, erzählte er habe Kopfweh von schlechtem Ofenerwein. Dann sprach er von seinem Windspiel, dass es kein Schöneres gibt. Und dann von einer Toten, die er vor Zeiten geliebt. Wir gingen plaudernd zu Bette. Er schlief sehr bald auch ein. Ich aber musste noch lange, sehr lange wach noch sein. Der Mond schien still durchs Fenster, goss über den Schläfer sein Licht und sah, wie ich weinend küßte des blassen Mannes Gesicht. und und minus lasst um die whoa I und of die Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020